Hallo meine Lieben und herzlich willkommen hier in meinem Telefon. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zu der zweiten und damit einer neuen, was für ein Anfang, also zu einer neuen Folge von Beholder. Ja, 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 das letzte Mal haben wir nämlich schon angefangen hier herumzuspitzeln. Wir sind nämlich ein Hausmeister, dessen Namen ich gerade vergessen habe, ich weiß gar nicht, Klaus, Heinz, Dieter? Nee, Dieter war es definitiv nicht. Also wir sind zumindest ein Hausmeister im Auftrag des Staates und sollen, oder ein Hausvermieter, Besitzer, ach, ich weiß gar nicht. So, es ist schon wieder ein bisschen laut, ich mach mal leiser. Und sollen Leute bespitzeln im Auftrag des Staates und, ja, ja, da sind wir stehen geblieben. Das Ding ist, es ist, glaube ich, immer noch laut. Warum ist dieses Spiel so laut? Warte, ich habe, Moment. Moment, ähm, in den Einstellungen, warte, pass auf, ähm, ich werde tatsächlich die Musiklautstärke ein bisschen höher machen und vielleicht die Tonlautstärke ein wenig. Ich weiß nicht, ob das zu laut ist, das werden wir gleich in einem Soundcheck mal testen. Zumindest da sind wir, ähm, und haben Aufgaben. Was für ein Anfang, und haben Aufgaben. So, was versteckt ist, wird gefunden werden. Ich muss mit den Mietern über Klaus Schimmer sprechen. Ja, ja, den haben wir nämlich jetzt im Visier als Aufgabe und sollen mit der Ehefrau, Marc Rannig und Rosa Rannig sprechen. Den ersten Mieter haben wir hier schon aus Wohnung Nummer 2 rausgekickt, ganz erfolgreich. Ich habe mir im Nachhinein Gedanken gemacht, ähm, angeblich werden alle Sachen, oh, da schläft jemand im Bett. Angeblich so, da gucken wir doch gleich mal, was da los ist, werden alle Entscheidungen, ähm, haben einen Einfluss. Wir haben ja eifrig unsere Familie beklaut. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das so klug ist, verstehst du? Ich weiß nicht. Ah, aber guck mal, wir können auch Sachen gezielt platzieren. Zumindest scheint unsere Tochter, die Kleine, die hier vorne so vergnügt irgendwie erst mit dem Ball gespielt hat und jetzt Fernsehen guckt, so ein bisschen nach uns zu kommen. Denn obwohl wir ihr den Ball, wer bist du denn? Obwohl wir ihn, ach, das ist der Spacken, den wir neu hier haben, ähm, einziehen lassen. Denn, obwohl, ehe wir mit dem Spacken reden, warte mal kurz, obwohl wir ihr den Ball geklaut haben, hatte sie ja jetzt einen Ball. Ja, mysteriös, mysteriös. Und das Ehepaar oben aus der, ähm, ich glaube, 3 mag uns nicht mehr, weil da haben wir zu viel geklaut. Da kam die Polizei und wir haben, glaube ich, ziemlich blöd, ähm, die Polizei einfach nur bestochen. Und seitdem reden die nicht mehr mit uns. Ah, müssen wir mal gucken. So, und jetzt, mein Lieben, habe ich schon wieder ewig lange drumherum gequatscht, wünsche euch jetzt aber viel, viel, viel Spaß am 4. September in diesem Spiel. Und das ist der, hallo, Spack war Arzt. Wir fragen auch ihn jetzt mal nach Klaus Schimmer. Der kennt ihn wahrscheinlich noch nicht, aber frag einfach mal. Lieber Karl, ich bin froh, Sie zu sehen. Ach, wir heißen so Karl. Karl, der Facility Manager. Okay, gut. Wie geht es Ihnen und wie geht es Ihrer Familie? Das Ding ist, weiß ich noch nicht, wie es meiner Familie geht mit den Reden, weil ihr Seltener, die beklauen wir nur. Alles ist super. Danke, ich, äh, wollte gerne so viel Freude. Ha, das ist eine Seltenheit heute. Ich glaube, der hatte uns ja letztes Mal irgendwie kostenfreien Stoff zur Entspannung gegeben. Ich habe ja die Hoffnung oder die Vermutung, dass der vielleicht irgendwie selber irgendwas anbaut oder züchtet irgendwelche Chemikalien und Substanzen. Der ist ja Arzt. Der kennt sich, glaube ich, auch so ein bisschen damit aus. Ich beruhige mich schon. Aloisius. Was? Der ist der Dauerdrogen hier, der Dauerkiffer. Drogen hört sich das jetzt gerade an, ne? Ich möchte überfolgend. Was? Überfolgend? Das ist jetzt berlinerisch. Ich möchte überfolgend reden. Aloisius. Sie können nicht für die ganze Welt sorgen. Der Staat kümmert sich um uns. Wegen Ihres Nachbarn. Aber nein. Ich sorge mich weiter um unsere Nachbarn. Ich meine, um alle Menschen. Wissen Sie was? Oh. Entschuldigung. Ich habe mich verplaudert. Worüber wollten Sie mit mir sprechen? Über Klaus Schimmerhaus. Wohnung 1. Ich bin hier gerade erst eingezogen. Ich habe noch nicht alle meine Nachbarn kennengelernt. Ich schleiche deswegen nur nachts hier komisch in Häusern herum. Im Keller wohlgemerkt. Im Keller. Aber gut, wir haben ja links im Keller gesehen, dass da irgendwie unser Essensraum für das ganze Haus ist. Es ist auch sehr strange, dass alle zusammenkommen in einem Raum zu essen. Um Essen zu essen. Aber wir haben ja gesehen, das Ganze spielt irgendwann um 1900 in der... Früher. Ich bin mir sicher, dass sie alle gute Menschen sind und ihr... Strauß Hieler ist auch ein guter Mensch. Was? Strauß Hieler? Klaus Schimmer. Ach, natürlich. Wenn... Oh, Information. Der liebe Herr Schimmer... Ach, Schlimmer, sagt er jetzt. Er hat es offensichtlich nicht mit Namen. Wenn der liebe Herr Schlimmer doch nur weniger rauchen würde. Wir rauchen es tödlich. Aha. Vielen Dank für die Information. Vielen Dank. So, da gucken wir jetzt. Ach so, genau. 1984 haben wir es. Ach Gott. Und wir haben so zahlreiche, viele Verordnungen, die ich alle schon wieder vergessen habe. Äpfel sind zum Beispiel verboten. Ja, politische Propaganda ist verboten. Prinzipiell würde wahrscheinlich irgendwann alles verboten sein. Drogen sind, traurig aber war, auch verboten. Ja, das war natürlich ein Scherz. Natürlich sind Drogen verboten, auch nach wie vor heute noch. Aber auch das Singen vor dem Ministerium für Ordnung ist verboten. Genauso wie Bücher von Paul Williams. Und, was? Die Verwendung... Oh, das kenne ich noch nicht. Die Verwendung von fremder Währung ist illegal. Ach du Scheiße. So, jetzt kommen hier die rassistischen Gesetze langsam durch. Klaus Schimmer raucht. Bis jetzt haben wir bei dem noch nicht gefunden, dass der irgendwie Dreck am Stecken hat. Aber vielleicht, vielleicht raucht der ja noch anderes Zeugs. Das wissen wir noch nicht. So, Philologe. Von der wissen wir, glaube ich, auch noch überhaupt nichts. So, und wir sollen mit der Family reden, hieß es hier. So, ich habe mich in letzter Zeit nicht viel um meine Familie gekümmert. Ich sollte mit ihr sprechen. So, mit allen. Ich habe keine Ahnung, wie spät haben wir es denn. Naja, also, ich denke mal, es ist jetzt ganz früh am Morgen. Wir gucken einfach erstmal hier rein. und schauen dann einfach auch mal oben zu unserem Dealer, ob wir irgendwie was verkaufen können oder ob wir irgendwen was unterjubeln können, weiß ich auch noch nicht. Aber warum ist unsere Tochter denn noch wach? Wir gehen jetzt einfach mal zu unserer... Ja, hallo? Achso. Ah, ja, ja, ja. Bedienung musst du natürlich können. Was ist denn hier? Martha. Redbar hier mit der Tochter. Ich habe meine Mutter gewonnen. Spielst du mit mir? Nicht jetzt, Martha. Ich dachte, er sagt ja wenigstens was anderes. Ach, das gibt doch... Was? Verlorenes Spielzeug? Oh, oh. Oh, oh. Was ist passiert, Süße? Was ist passiert, Papa? Ich habe Naira verloren. Wer ist denn Naira? Es ist nirgends... zu finden. Was ist... Nein. Wer ist Naira? Oh Gott, und der traurige Smiley. Also, ich hoffe nicht, dass sie jetzt Spielzeug mal etwas Wege geklaut haben, weil sonst müssen wir sie zu dem Diebstahl oben drauf nochmal anlügen. Das... Das... Das ist meine Poppe. Das ist meine Lieblingspoppe, Papa. Wirst du mir helfen, sie zu finden? Du hast mehr Angst gemacht. Martha, wo hast du zuletzt damit gespielt? Zu Hause. Naira ist zu klein, um in das Haus zu gehen. Hände sie, bitte. Gut, das werden wir tun. Die Puppe finden. Wir könnten natürlich hier alles nochmal durchsuchen. Pass auf, dann werden wir jetzt hier überall mal gucken. Vielleicht hat sie die Puppe ja einfach nur verlegt. Vielleicht hat sie sie ja einfach nur verlegt. So. Wir gucken auch parallel am besten gleich mal in unser Inventar rein, was wir hier alles haben. Kartenspiel und Würfel. Das haben wir dem Mieter geklaut, der nicht mehr ist, der abgeführt wurde. So. Das ist die Taschenuhr. Die haben wir dem Rentner geklaut. Ich glaube, auch das haben wir irgendwo... Ja, das haben wir irgendwo entwendet. Ich weiß so nicht mehr, wo. Ach so. Genau. Die Brille von dem Opa aus der Wohnung Nummer 3. Die haben wir schon geklaut und verkauft. Das ist jetzt irgendwie was, was wir selber bei uns hatten. Rasierklinge. Okay. Dann haben wir hier Holzblöcke. Haben wir nicht mehr Inventar? Ich war der Meinung, wir hätten irgendwie noch mehr Zeugs. Aber offensichtlich nicht so. Wenn Glocken ertönen und... Oh. Das ist unser Sohn. Das ist unser Sohn. Jaja, der kommt wahrscheinlich aus der Mine jetzt zurück. Okay, pass auf. Dann gucken wir jetzt einfach mal überall. Und wir haben angeblich Ratten. Immer wieder süße ein Symbol auftauchen über den Köpfen. Und das da heißt Ratten. Sohn. Schön, dass du wieder da bist. Sprich mit Papa. Lauf doch nicht so depressiv an mir vorbei. Ja, Vater. Über Neuigkeiten fragen. Ähm... Ich versuche, im Haus zu helfen. Ich habe kürzlich mit Martha gespielt. Okay, das haben wir alle schon gehört. Pass auf, warte mal. Ähm... Warte, 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 warte. Ja, Vater. Brauchst du etwas? Ich habe ein Problem, Vater. Was möchtest du? Die Wirtschaftskurse haben begonnen und uns wurde eine Liste von Büchern zum Lesen gegeben. Die Bücher, die ich für die Schule brauche. Ich war im Buchladen, aber sie haben diese Bücher nicht. Oh, oh. Das heißt, du bist jetzt für unseren Sohn, damit er die Schule gut macht, als Bücher rausklauen. Ich habe gehört, dass es auf dem Markt Gebrauchte gibt. Aber die kosten ein Vermögen. Kannst du deine Freunde fragen? Wir haben keine Freunde, wir beklauen alle. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der ist todtraurig. Vielleicht hat jemand, den du kennst, diese Bücher. Du sprichst mit klugen Menschen. Ich überlege, was ich für dich tun kann. Aber er sagt uns auch nicht, was für Bücher. Er sagt uns auch nicht, was für Bücher. Haben wir nicht schon Bücher? Haben wir nicht schon Bücher? Warte, warte, warte. Wir haben doch irgendwas. Warum ist unser Inventar so klein? Ich hatte der Meinung, wir hätten noch mehr. Ich hatte der Meinung. Was für Deutsch? Ich war der Meinung, wir hätten noch mehr geklaut. Tja, dann gucken wir jetzt erstmal nochmal rum. Ob wir vielleicht die Puppe irgendwo finden? Nö. Haben wir ja alle schon leer geklaut. Haben wir alle schon leer geklaut? Ja, unsere Ehefrau muss jetzt mal kurz ein paar Sekunden warten. Aber die hat vielleicht auch noch irgendwas im Haushalt zu tun. Was bitte? Genau so ist hier die Kommunikationsform in diesem Spiel. Oh, blablabla, 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 blablabla. Ach so, ja, unser Junge erzählt jetzt was hier. Von den Minen wahrscheinlich. Kostet sich beim Mutti ein bisschen aus. Ja, aber mein Sohn. Das Wetter wird doch so schön. Ah, ich mach mich schon ab, ihr scheiß Wetter. Ja, 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 pass auf, die Kompensation, die sprengen wir jetzt mal, indem wir jetzt mal so, ist meine Frau. Was ist, Karl? So, meine Lieben, und natürlich, die Kinder gehen vor. In einer hochgradig guten Ehe spricht man natürlich immer erst über die Probleme der lieben Kleinen. Und die Puppe ist weg, das wollen wir jetzt auch Mutti mal fragen. Vielleicht hat Mutti ja eine Ahnung, wo die Puppe ist. Anna, hast du die alte Puppe mit der Warta gerne spielt gesehen? Sie kann es nicht finden. Deswegen ist sie so traurig und hat Angst, mit mir zu reden. Wieso? Vielleicht ist sie hinter dem Kleiderschrank oder unter dem Bett. Aha, gut. Und jetzt reden wir mal über unsere Probleme, Schatz. Ich brauche Hilfe, Liebling. Ich kann keinen Kochtopf finden, der groß genug ist. Ich habe überall gesucht, aber keine Ahnung, wo sie sein könnte. Was? Wie verliert man denn einen Topf? Vielleicht hat es jemand gestohlen. Sollen wir die Polizei rufen? Haben wir einen Topf geklaut? Nee. Aber vielleicht haben uns ja Nachbarn auch beklaut. Die Polizei wegen eines alten Kochtopfs anrufen? Denk gar nicht erst daran. Du musst es in unserem alten Haus gelassen haben. Okay. Wenn du meinst, kannst du die Mieter nach dem Kochtopf fragen? Genau. Wir haben nichts Besseres zu tun. Aber jetzt haben wir einen Cliffhanger, um die Leute so ein bisschen über den anderen auszufragen. Ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Da können wir nämlich alle fragen, Entschuldigung, haben sie? Durch Zufall unseren Kochtopf gesehen. Da Kochtöpfe auch immer weglaufen können. Kennt man ja. So kenne ich auch. Wenn ich meine Küche aufmache, muss ich immer aufpassen, dass wir meine Töpfe nicht entgegenrollen. Und beleidig sagen, du kochst immer nur Scheiß in uns. Benutze uns mehr. Achte uns. Okay. Nehmt mich wie immer nicht so ernst. Sondern habt hoffentlich einfach Spaß. Hoffentlich werden sie den neuen Hausmeister nicht ablehnen. Ich werde Kompott für Marta kochen und sie zurückbringen. Gut. Ich frage die Nachbarn nach einem Kochtopf. Ey. Okay. Aber warum macht sie das nicht? Nehm, 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 nehm. Alles klar. So. Marta hat ihre... Ah, die Aufgaben haben sich jetzt ein bisschen erweitert, ne? Also Wirtschaftsbücher. Ach so, Wirtschaftsbücher hat er gesagt. Okay, Nachbarn, Topf, Lein und Puppe. Na, 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 na. Wo haben wir denn den Schrank? Wir gucken jetzt mal unter dem Schrank. Vielleicht ist da ja die Puppe. Aha! Was haben wir denn hier? Patriotische Geschichten für Kinder. Ach, du Scheiß. Sehr gut. Das lassen wir jemals. Sie hat ja sehr gerne gelesen. Und wir können auch nicht grundsätzlich alle Geldbörsen klauen. Also, ich habe mir, wie gesagt, nach letztem Mal Gedanken gemacht. Und ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, wir dürfen nicht so viel mehr klauen aus unseren eigenen Reihen. Alte Puppe. So, die nehmen wir jetzt. Kann das sein, dass dann immer irgendwie was aus unserem Inventar verschwindet? Das sieht gerade so aus, wenn wir hier neue Sachen dazu bekommen. Ich habe deine Puppe gefunden. Spielstum mit mir. Nicht jetzt, Marta. Aber ich habe deine Puppe. Wie heißt deine Puppe? Ich vermisse Naira so sehr. Wirst du sie finden? Ich habe sie schon gefunden. Hier ist sie. Ah, Papa! Danke, Papa! Ich habe mir ein tolles Spiel ausgedacht. Möchtest du, dass ich dir davon erzähle? Naira wird Bergarbeiterin. Begraben unter Schutt. Und ich werde die Retterin sein. Das ist ja auch mal ein geiles Spiel. Begraben unter Schutt. Das heißt auf gut Deutsch, dieses Mädchen bringt ihre Puppe rum und will sie dann wieder zum Leben. Okay, kannst du so machen. Was für ein Spiel? Vielleicht spielst du besser mit Bauklötzen. Ich habe eine Kohlemine aus Bauklötzen gebaut. So, pass auf, Leute. Wir werden, wir werden so. Jetzt verschwinden hier nämlich erstmal ein paar Leute. Aber wir gehen. Wer ist denn? Wer ist denn Nathan Keller? Nathan? Wer ist Nathan Keller? Warte mal. Das ist Maria Schimmer. Das ist Klaus Schimmer. Das ist Aloisius Spack. Rosa Rannik. Mark Rannik. Den kenne ich noch gar nicht. Wer bist du denn? Wer bist du denn? So, mit dem reden wir jetzt mal. Ach, ich glaube, das ist der Dealer. Ja, 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 ja. Pass auf. Meine Komplimente. Handeln. Was verkaufen sie heute? Sehen sie sich um. Ja, das heißt, wir müssen jetzt tatsächlich Sachen irgendwie aus unserem Inventar verkaufen. Und da verkaufen wir doch einfach mal jetzt hier Zahnbürste. Was ist das Buch? Na, große Anführer, das wollen wir nicht. Ach, gucke mal, siehste. Also haben wir hier nur einen kleinen Gamebug, dass wir... Dass Blondie einfach zu doof ist, um das Inventar richtig zu bedienen. Ach, das glaube ich ja jetzt nicht, Leute. Ey. Ja, herzlich willkommen auf dem Kanal von Hashtag Blondie Time. Ja, also so eine Aktion passieren bei mir ab und zu mal. Ach, du Scheiße, Mann. Und warum kriege ich... Okay, reden wir über diese Aktion einfach nicht. Ja, was haben wir denn noch? Stabelspielzeug haben wir nämlich noch geklaut. Und ach, guck mal, Handtücher, Geldbörsen, persönliche Tagebücher, immer sehr gut, Armbanduhren, Bücher mit Aufzeichnung, ein Ball und hier die Whiskybuddel finde ich ja auch sehr geil. Was ist das denn? Aspirin? Aha. Ist vielleicht auch was, was wir irgendwie im Untermogeln können. Was ist denn, wenn wir... Oh, warte mal. Bücher. Ach, ach. Aber 2250 seltene und wertvolle Bücher über Wirtschaft. Genau das, was Patrick zum Lernen braucht. Es ist unser Sohn, ne? Wir kaufen jetzt diese Scheißbücher und dafür verkaufen wir jetzt Dinge. Was verkaufen wir denn jetzt? Pass auf. Die Uhr. Dann weißt du, keine Zeugen, keine Tat. Und wenn du nichts mehr hast, was wir hier irgendwie... Verstehst du? So, das sind die... Ja, ja, ja. Karten behalten wir noch. Da können wir vielleicht noch was mit anfangen. So, jetzt haben wir immer noch 837. Das passt erst mal. Ja, dann ist das jetzt so. Dann haben wir jetzt die Bücher für unseren Sohn. Ich danke dir. Und wo ist er denn? So, mein Sohn. Du kannst, du kannst. Da bist du. Patrick. Du kannst jetzt fleißig in der Schule lernen. Ich habe deine Bücher besorgt. Ja, Vater. Nachschulbüchern fragen. Hast du etwas über die Bücher herausgefunden, Vater? Hier sind deine Bücher. Wow. Ich mache mich an die Arbeit. So, das wollte ich auch für 2000 irgendwas öcken für scheiß Bücher. Da setzt du dich jetzt aber sowas von auf den Arsch, bis dir die Bücher da hinten wieder rauskommen. So. Solchen Reichtum hätte ich mir nie erträumen lassen. Werde nicht mehr zum Rattennest gehen. Was für ein Rattennest? Zur Bibliothek meine ich. Warum denn? Ai, ai, ai. Du willst mir jetzt allen Ernstes erzählen? Du hättest dir die Bücher ausleihen können? Ist jetzt nicht dein fucking Ernst, oder? Dann, mein Junge. Klau diese verschissene Bücher und wir verscherbeln. Die klau einfach die ganze Bibliothek leer und wir verscherbeln die da oben bei dem Typen. Das ist jetzt nicht sein Ernst, weißt du? Da gibt es das pure in der Bibliothek. Und er jammert hier rum. Junge, trag das nach Hause. Leise dir aus. Oh, das gibt es ja jetzt nicht. Na dafür, ich weiß jetzt leider nicht, was sein Zimmer ist, sonst würde ich ihm irgendwas anderes rausklauen. So, jetzt haben wir noch die Kochtopf. Kochtopf, 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 Kochtopf. Kochtopfgeschichte. So, pass auf. Wir gucken jetzt erstmal. Wir sollten vielleicht nochmal irgendwie in eine Kimmerer investieren. Großer Sichtbereich. Videoaufzeichnung verfügbar. Ich glaube, Videoaufzeichnung ist überall verfügbar. Ich weiß nicht, ob wir jetzt mal in eine Gute investieren sollen oder nicht. Weil das Ding ist, wir haben ja 800 von diesen Punkten jetzt. Aber, ja, ja, ja. Ich weiß gerade noch nicht. Ich weiß noch nicht. Eigentlich könnten wir jetzt irgendwo mal wieder spionieren. Oder zumindestens, doch pass auf. Wir müssen ja zumindest in Wohnung 1 und 3 auch irgendwie mal ein bisschen anfangen rumzuspionieren. Das heißt, meine Lieben, wir kaufen einfach jetzt mal hier drei von diesen simplen, einfachen Kameras. Und jetzt legen wir mal los, würde ich sagen. So, lauf mal hier hin. Ich glaube, die sind ja auch alle nicht da. So, mein Lieber. Und ich mache jetzt schnell nochmal eine neue Aufnahme und check einfach mal den Sound. So, mein Lieber. So, mein Lieber. Untertitelung des ZDF, 2020